Während einer Beerdigung fängt der Sarg plötzlich an zu wackeln, woraufhin der Priester dazu auffordert, ihn zu öffnen. Als der Deckel abgenommen wird, wirft er einen Blick auf die Person darin und schreit, Gott, nein! Amelia stand da wie eine Statue. Ein Schleier aus schwarzer Spitze verdeckt ihre blassen Gesichtszüge. Selbst in ihrem Kummer war ihre Schönheit unbestreitbar. Für viele war sie wie eine zarte Blume, inmitten der Trostlosigkeit der Beerdigung. Dennoch lag ein Hauch von Unbehagen in der Luft, wie ein leises Murmeln unter den Schluchzern und Gebeten. Irgendetwas an den perfekt geschwungenen Lippen und der Gelassenheit in ihren niedergeschlagenen Augen deutete auf eine verborgene Tiefe hin, vielleicht auf eine geheime Dunkelheit, die in ihrem Inneren brodelte. Thomas der Verstorbene war eine Stütze der Gemeinde gewesen. Sein scharfer Verstand und seine gewitzten Geschäftspraktiken brachten ihm Respekt ein. Doch hinter der Fassade des erfolgreichen Mannes gab es Gerüchte über seine kontrollierende Art. Es hieß, er habe großen Einfluss auf Amelia. Aber niemand hatte es je gewagt, solche Dinge laut auszusprechen. Amelias Mutter war eine strenge Frau mit einem Mund, der immer eine dünne Linie bildete. Sie stand etwas abseits. Ihre Augen blickten immer wieder zu ihrer Tochter hinüber. Missbilligung überschattete jeden ihrer Blicke. Neben ihr betrachtete Thomas' ältester Freund Robert die Szene mit zusammengekniffenen Augen. Er und Thomas waren schon seit Jahrzehnten unzertrennlich. Sein Blick verweilte auch auf Amelia. Robert kannte Thomas besser als jeder andere. Und das Unbehagen in seinen Augen deutete auf Geheimnisse hin, die lange vergraben waren und vielleicht endlich ans Licht kommen würden. Amelias Gedanken schweiften zurück in die Zeit vor einer Woche. Ein schrecklicher Aufprall war durch das große Haus geheilt, gefolgt von einer unheimlichen Stille. Thomas lag ausgestreckt am Fuße der geschwungenen Treppe und sein Körper war in einem unnatürlichen Winkel verdreht. Ihr erster Schrei war geprägt von Entsetzen. Aber was dann folgte, war, nun ja, es war anders. Selbst dann, inmitten des Chaos, überkam sie ein Gefühl der Ruhe. Es war eine seltsame Mischung aus Schrecken und einer kalten, stillen Befreiung. Die Polizei strömte herbei. Fragen schwirrten ihr um die tauben Ohren. Ihre Antworten waren mechanisch und ihre Gelassenheit blieb auf unheimliche Weise intakt. Sie nannten es einen tragischen Unfall, aber die Augen ihrer Mutter brannten sich in sie ein. Die alte Frau hatte kein einziges Wort gesagt, doch ihr Schweigen trug das Gewicht unausgesprochener Wahrheiten in sich. In den ruhigen Momenten danach kamen Gerüchte über Thomas' Temperament und die nächtlichen Streitereien auf, die die Bediensteten nicht hören wollten. Hatte man Amelia zu weit getrieben? Die Polizei fand keine Beweise für ein falsches Spiel, aber die Zweifel blieben trotzdem bestehen. Selbst jetzt, während der Beerdigung, schaute Amelias Mutter sie misstrauisch an, als Pater Michael seine letzten Gebete für Thomas' Seele sprach. Seine Worte wurden von einem ersteckten Schluchzen in der Kirche verschluckt. Dann erschütterte ein schwaches, aber unbestreitbares Beben den Sarg. Die Trauernden schnappten nach Luft. Pater Michael stolperte zurück und Weihwasser spritzte aus seinen zitternden Fingern. Das konnte nicht sein, aber das Unmögliche schien sich vor ihren Augen zu ereignen. War Thomas in diesem Sarg noch am Leben? Ein Zittern ging durch die Menge, als Pater Michael den Sargträgern befahl, den Sarg zu öffnen. Der Deckel knarrte auf. Gott nein, schrie der Priester, als er den Anblick auf sich wirken ließ. Denn in dem Sarg lag nicht das aschfahle Gesicht von Thomas. Stattdessen war es ein gebrechlicher, älterer Mann, der sich in das Sartinfutter eingerollt hatte. Seine Augen waren weit aufgerissen und unscharf und sein lautes Husten ließ den ganzen Sarg erzittern. Der Mann blinzelte im plötzlich einfallenden Tageslicht. Ein Schock breitete sich aus, begleitet von Keuchen und Rufen. Verwirrung machte sich breit wie ein dichter Nebel. Wer war dieser Mann? Wo war Thomas? Amelia sagte auf die Knie. Ihr Schluchzen hatte jetzt einen schrillen, fast wahnsinnigen Unterton. Ich weiß nicht, wer er ist, wimmerte sie, aber Robert, Thomas' treuer Freund, glaubte ihr das nicht. Er drängte sich durch die Trauernden. Lügnerin, rief er und stieß Amelia mit dem Finger an. Du weißt genau, wer er ist. Was hast du mit Thomas gemacht? Amelias Mutter war nun sichtlich erschüttert. Die Stille dehnte sie sich zu einer ohrenbetäubenden Anschuldigung aus. Die Menge wogte und Fragen schwirrten in der Luft. War Amelia verrückt geworden? War dies ein verdrehter Streich? Oder war es etwas viel Schlimmeres? Ein einziger beängstigender Gedanke schlicht durch die Köpfe der Versammelten. Wenn das nicht Thomas im Sarg war, wo war er dann? Die malerische Umgebung der Beerdigung verwandelte sich in einen Strudel aus polizeilicher Aktivität. Detective Carter war ein erfahrener Veteran mit Augen, denen nichts entging. Er bahnte sich mit grimmiger Entschlossenheit einen Weg durch das Chaos. Noch vor wenigen Stunden war Amelia die trauernde Witwe. Jetzt war sie die Hauptverdächtige. Carter verhörte sie genau in der Stube, in der Thomas einst Gericht gehalten hatte. Ihre Geschichte wurde durch seine unerbittliche Befragung immer brüchiger. Ihre Zeitlinie war verschwommen und ihre Erinnerungen wiesen große Lücken auf. Er befragte sie zu dem mysteriösen alten Mann. Dann fragte er sie nach Thomas' Aufenthaltsort in den Tagen vor seinem angeblichen Tod. Ihre Antworten trieften nur sofort Ungereimtheiten. Inzwischen wurde auch das Haus zum Tatort. Hinter der polierten Fassade entdeckten die Ermittler ein schauriges Geheimnis, einen versteckten Raum im labyrinthischen Keller. Dort gab es nur medizinische Geräte, sorgfältig geordnete Medikamentenfläschchen und einen anhaltenden antiseptischen Geruch, der auf Krankheit und Gefangenschaft hindeutete. Die Teile begannen sich zusammenzufügen, aber das Puzzle war noch lange nicht komplett. Dann brach Amelias Mutter ihr Schweigen. Vergessen Sie nicht, Detective, sagte sie. Amelia war früher Krankenschwester. Sie kennt sich mit Krankheiten aus. Die Worte waren wie eine Bombe, getarnt als beiläufige Bemerkung. Kater schloss die Augen. Die schöne junge Witwe war in einem Netz von Verdächtigungen gefangen. Ihre Geheimnisse, was auch immer sie waren, kamen immer näher. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Der ältere Mann wurde als Reginald Brooks identifiziert, ein ehemals einflussreicher Geschäftsmann und ein ehemaliger Partner von Thomas. Reginald wurde für tot gehalten. Er war vor ein paar Jahren spurlos verschwunden. Jetzt tauchte er aus einem versteckten Gefängnis in Thomas' eigenem Haus auf. Mit jeder Enthüllung nahmen die Ermittlungen eine dunklere Wendung. Finanzunterlagen, eilig versteckte Dokumente, alles zeichnete ein beunruhigendes Bild. Thomas hatte das Vermögen von Reginald systematisch geplündert. Das versteckte Zimmer war kein Zufluchtsort, es war eine Zelle. Reginalds hagerer Körper und sein leerer Blick zeugten von jahrelanger Isolation und dem langsamen Tropf der heimtückischen Kontrolle. Detective Kater richtete seinen Blick wieder auf Amelia. Sein Blick war kälter als je zuvor. Das Netz der Komplizenschaft zog sich immer enger um sie zusammen. Hatte sie es gewusst? Hatte sie eine Rolle bei dem monströsen Betrug gespielt? Oder war sie ein weiteres Opfer von Thomas' Netz der Manipulation? Er verhörte sie erneut. Sie haben hier gelebt. Sie müssen etwas gesehen haben. Oder zumindest eine Veränderung bemerkt haben. Amelies Abwehrkräfte brachen zusammen. Nein, das habe ich nicht, schluchzte sie. Doch ihr Leugnen war schwach, unterbrochen von einem Aufflackern von Schuldgefühlen in ihren Augen. Der Raum war schwer von unausgesprochenen Fragen. Hatte Amelia die Augen vor Reginalds Leiden verschlossen? Hatte sie sich von Thomas' Reichtum verführen lassen? Oder war auch sie in seinem komplizierten Spiel gefangen, ohne das Monster zu bemerken, das unter der Oberfläche ihres scheinbar perfekten Lebens lauerte? Die Antwort blieb in den Schatten verborgen. Aber eines war erschreckend klar. Es handelte sich nicht mehr nur um einen mysteriösen Todesfall. Es war ein lebendiger Albtraum und Amelia war untrennbar in seinem Netz gefangen. Dann brach sie schließlich zusammen. Tränen flossen über ihr Gesicht und wuschen die Maske der trauernden Witwe weg. Mit verzweifelter Stimme und einem Hauch von Trotz begann sie zu sprechen. Thomas, so enthüllte sie, war nicht der Mann, für den ihn alle hielten. Hinter verschlossenen Türen verwandelte sich sein Charme in Grausamkeit. Seine Kontrolle wurde zu unerbittlicher Beherrschung. Ihr Leben wurde zu einem Gefängnis. Jeder Tag war eine erstickende Unterwerfung unter sein Machtstreben. Verzweiflung nagt an ihr. Bis zu jener schicksalshaften Nacht. Ich habe ihn nicht umgebracht, sagt Amelia. Der Sturz. Es war ein Unfall. Ich habe es gesehen. Es gab einen Moment blinder Wut. Und dann stolperte er und fiel. Dann kam die Enthüllung, die alles veränderte. Sie versteckte die Leiche von Thomas. Die Angst trieb sie an, zusammen mit dem Bedürfnis, sich vor den Lügen und Verbrechen ihres Mannes gegenüber Reginald zu schützen. Sie hatte den alten Mann betäubt und seinen gebrechlichen Körper in den Sarg gehievt, in der Hoffnung, ihn vor den Augen aller aus dem Haus zu schmuggeln. Aber irgendwie hatte sie die Kontrolle über die Situation verloren. Und als alles verloren schien, hatte sie einfach gehofft, dass er friedlich sterben und in Thomas' Grab beerdigt werden würde. Die Polizei war fassungslos. Die Wahrheit war ein groteskes Geflecht aus Grausamkeit, Verzweiflung und einer verdrehten Form von Gerechtigkeit. Sie ließ sich nicht so einfach kategorisieren. Amelia wurde verhaftet, aber in den Augen mancher hatte sie eine seltsame, tragische Art von Heldentum. Keiner feierte sie, aber ein unausgesprochenes und widerstrebendes Verständnis mischte sich unter das anhaltende Grauen. Der ältere Reginald wurde endlich aus seinem versteckten Gefängnis befreit. Aber die Schäden der drei langen Jahre in der Isolation hatten seinen Geist zerrüttet. Er war nur noch ein schwacher Geist des Mannes, der er einst war. Seine Freiheit war bittersüß. Ein Sieg, der durch das Wissen getrübt wurde, dass er sich vielleicht nie wieder richtig erholen würde. Thomas' Leiche wurde nie gefunden. In den darauffolgenden Jahren wurde die Geschichte zu einem Gespenst, das in der Gemeinde nachhalte. Sie erinnerte daran, dass der Schein trügen kann. Und dass sich selbst die schrecklichsten Wahrheiten manchmal unter einer Fassade der perfekten Ruhe verstecken können. Kennst du eine Geschichte über etwas Schreckliches, das in einem scheinbar perfekten Haus passiert ist? Erzähle sie uns in den Kommentaren. Wir würden sie gerne hören. Fürs Erste sind wir hier fertig. Wir sehen uns im nächsten Video.